Hallihallo, eine weitere Episode meines neuen Online-Netze-Tutorials. In dieser Episode werden wir eine kleine Änderung machen, die eine große Auswirkung hat. Und zwar werden wir einen sogenannten Momentumsterm einfügen. Der sorgt dafür, dass wir deutlich schneller lernen und teilweise, in den meisten Fällen sogar, zu einem besseren Ergebnis kommen, als wenn wir diesen Momentumsterm nicht drin hätten. Und zwar, was machen wir hier momentan eigentlich? Wir errechnen immer eine Gewichtsänderung und setzen diese Gewichtsänderung einfach auf unsere Connection drauf. Aber in der Realität, wenn wir tatsächlich so ein neuronales Netz trainieren, dann ist es sehr, sehr häufig so, dass wenn wir nur eine Connection betrachten, also wir gucken nur eine Verbindung an zwischen zwei Neuronen, dann ist es sehr, sehr häufig so, dass wenn wir viele verschiedene Bilder drauf geben auf diese Connection, dass die ganzen Bilder, bis auf einige paar wenige Ausnahmen, eher in eine Richtung ziehen. Das heißt, die sind eher dafür, dass dieses Gewicht größer wird, oder die sind eher dafür, dass dieses Gewicht kleiner wird. Und das können wir benutzen, indem sich diese Connection merkt, wie waren die letzten Gewichtsveränderungen, haben die eher dazu tendiert, dass ich größer werde, oder haben die eher dazu tendiert, dass ich kleiner werde. Das merkt sich jetzt jede einzelne Connection, und entsprechend wird dieses Gewicht stärker verändert in die eine oder in die andere Richtung. So, also, man kann sich, deswegen nennt man das übrigens auch Momentumsterm, ich habe euch ja schon mal bei der Backpropagation gezeigt, man kann sich dieses ganze Ding als eine Hügellandschaft vorstellen, eine hochdimensionale Hügellandschaft, also das ist nicht mehr zweidimensional, sondern ein paar tausenddimensional sind wir jetzt schon. Und bei tieferen neuronalen Netzen wird es noch viel, viel mehr. Und in dieser Hügellandschaft wollen wir den Punkt finden, bei dem die Gewichte optimal sind, dass der Fehler gering wird. Das heißt, dass wir am meisten Zahlen richtig klassifizieren können. So, und in dieser Hügellandschaft bewegt sich jetzt dieser Punkt, aber der Punkt, der neigt eher in eine Richtung meistens. Zumindest für ein paar Dimensionen betrachtet. So, und wenn wir das mit einarbeiten, dann werden wir deutlich schneller. So, und das mache ich jetzt einfach mal. Und zwar mache ich das folgendermaßen, wir speichern uns hier ein Momentum ab, das ist am Anfang einfach mal 0, und sagen dann hier, da wo das Gewicht addiert wird, addieren wir das Weight-Delta nicht nur auf das Weight, sondern auch auf das Momentum. Also Momentum plus gleich Weight-Delta. So, und jetzt addieren wir hier das Ganze einfach nur noch drauf. So, wenn wir das jetzt aber einfach so lassen würden, dann würde das neuronale Netz dazu neigen, äußerst instabil zu werden. Wir würden da ziemlich sicher irgendwann in NAN laufen, weil das Momentum dann in eine Richtung sehr groß wird, und dann schießen wir extrem über das Ziel hinaus, und dann kommen wir von der anderen Seite wieder her, und sind wieder extrem über das Ziel hinausgeschossen, und so wird das Ganze immer, immer größer, immer, immer größer. Da müssen wir was dagegen tun, und zwar sagen wir, dass das Momentum mit jedem Mal, wo was drauf addiert wird, auch wieder geringer wird, und zwar um 10% geringer. Das heißt, Momentum mal gleich 0,9%, äh, 90%, 0,9%. Auf die Art und Weise wird also dieses Gewicht immer wieder drauf addiert, und dass die Connection merkt sich, in welche Richtung die Connection eigentlich will. Aber, um zu verhindern, dass dieses Momentum explodiert, wird jedes Mal wieder 10% von dem Momentum weggenommen. Und das reicht schon. Diese kleine Änderung, wie viele Zeilen waren das jetzt? Eine Zeile, hier nochmal zwei Zeilen, und da eine kleine Änderung. Also, effektiv wurden vier Zeilen Code angepasst. Die reicht schon, um ganz, ganz viel auszuwirken. Wenn wir das jetzt mal ausführen, ja, das letzte Mal waren wir, ich weiß nicht, nach der ersten Epoche, äh, 16% oder so. Also, relativ gering noch. Und jetzt gucken wir mal, wie das Ganze sich verhält, nach der ersten Epoche, nachdem wir das Momentum eingefügt haben. Und da sind wir. Nach der ersten Epoche, es ist nur einmal durchgelaufen alles, sind wir direkt bei 62%. Also, viel, viel besser als bisher. Und das wird jetzt auch entsprechend noch besser werden. Ich lasse ein paar Epochen mal durchlaufen und zeige euch dann das Ergebnis. So, das Ganze ist jetzt einige Epochen durchgelaufen, und wir sind jetzt bei 86%. Da tut sich jetzt nicht mehr so viel. Also, ein bisschen mehr wird es schon noch. Es wird vielleicht so 87, 88 erreichen oder so, wenn man es lang genug laufen lassen würde. Lasse ich jetzt aber nicht hier. Das, äh, ja, ist annähernd an den Wert jetzt konvergiert, die tatsächlich zu erreichen ist, oder der tatsächlich zu erreichen ist. Ähm, ich habe vorhin zwei Sachen gesagt. Das erste ist, dass wir deutlich schneller damit lernen, mit so einem Momentum. Das ist naheliegend. Ich meine, wir ziehen eher in eine Richtung. Ich habe noch was anderes gesagt. Und zwar habe ich gesagt, dass wir damit häufig bessere Ergebnisse erzielen können, als ohne Momentumsterm. Das ist vielleicht nicht so ganz intuitiv. Woran liegt denn das? Naja, in dieser hochdimensionalen Hügellandschaft, gucken wir uns mal nur eine Dimension an. Also, wir sind nur eindimensional. Es gibt nur links und rechts. Und da drin ist eine Funktion, zum Beispiel eine Parabel oder irgendein anderes Polynom. Oder sonstige Funktion. Ähm, dann gibt es in dieser Funktion gerne mal Sattelpunkte. Also Punkte, in der die Funktion sehr, sehr flach ist. Und über diese flachen Passagen kann so ein Momentumsterm eher drüberhüpfen, als ohne Momentumsterm. Und das Ganze ist abhängig von der Dimension, in der wir uns bewegen. Also, in welches Gewicht passen wir tatsächlich an. Manche haben solche flachen Stellen, manche haben weniger solche flachen Stellen drin. Und das ist auch positionsabhängig, wo wir uns gerade in diesem Raum befinden. Das heißt, es würde nicht reichen, ähm, zum Beispiel den Lernparameter, also unser Epsilon irgendwie größer zu machen oder so. Das würde nicht reichen. Das ist nicht das gleiche wie so ein Momentumsterm. Denn das Momentumsterm ist pro Connection komplett dynamisch. Wenn eine Connection immer in die gleiche Richtung zieht, dann neigt diese Connection eher in diese Richtung zu schießen. Wenn sich eine andere Connection nicht so ganz sicher ist, manchmal hüpft sie in die eine, manchmal hüpft sie in die andere Richtung, dann cancelt sich das gegenseitig mehr oder weniger aus. Das heißt, dieser Momentumsterm, der ist komplett dynamisch und der kann über solche langen Plateaus, langen Sattelstellen einfach drüber springen. Oder einfach, sei relativ, aber es geht auf jeden Fall einfacher, als ohne so einen Momentumsterm. So, und jetzt sind wir tatsächlich im Prinzip bei 87%, äh, 87%. Wir sind jetzt bei 86,99. Bei der nächsten Epoche, jawohl, da ist die 87,3% richtige Klassifikation. Gut, das wäre es soweit zu dieser Episode. Wie gesagt, das wird nach wie vor immer noch ein bisschen besser. Gerade sind es immerhin 0,3% nochmal pro Epoche besser geworden. Das heißt, wenn wir das Ganze in der Praxis anwenden würden, dann würde es sich wahrscheinlich lohnen, das noch eine Zeit lang laufen zu lassen. Aber für dieses Video soll es das jetzt mal gewesen sein. Genau, bis zum nächsten Mal.